Planradar Planradar ist eine webbasierte Software-as-Service-Lösung für Baudokumentation, Aufgaben- und Mängelmanagement. Wir sind mittlerweile schon 23 Leute mit Hauptsitz im schönen Wien. Wir unterstützen unsere Anwender bei der Aufnahme, der Dokumentation, der Kommunikation und der Nachverfolgung von Baumängeln und Aufgaben, sowohl auf der Baustelle als auch im Bestandsobjekt. Also 2017 war ein wirklich wichtiges Jahr für uns. Wir haben über 1000 Neuregistrierungen jedes Monat geschafft. Wir haben über 1000 Neukunden mittlerweile auch und wir sind in über 13 Ländern, diese Erde aktiv. In meinem früheren Job als Bauleiter musste ich sehr aufwendig mit Papierplänen oder Fotoapparat die Schäden erfassen. Heute geht es viel einfacher mit Planradar. Man hat einen digitalen Plan auf einem mobilen Endgerät, verortet den Punkt und sendet es sofort der zuständigen Person mit allen Fotos hinterlegt, die notwendig sind zur Abarbeitung. Planradar ist verfügbar für alle mobilen Geräte und als Webapplikation. Unsere Kunden, die hauptsächlich Architekten, Facility Manager oder Ingenieure sind, erstellen Projekte in der Webapplikation, laden digitale Pläne hoch und unser System verteilt dann automatisch diese Pläne auf die mobilen Geräte. Die Herausforderung ist, dass diese Bilder in Echtzeit an unser Serversystem übertragen werden und dort dann direkt den anderen Nutzern zur Verfügung stehen, um diese Mängel schnell und effektiv beheben zu können. Durch diesen optimierten, reduzierten Workflow sparen sich unsere Benutzer bis zu sieben Stunden Arbeitszeit pro Woche. Als Finalist des PropTech Innovation Awards sind wir mit Union Investment in Kontakt gekommen. Mittlerweile laufen die ersten gemeinsamen Projekte und der Award war auch deswegen für uns wichtig, weil wir sehr, sehr viel Visibility in der Immobilienwirtschaft bekommen. Also mittlerweile ist es auf vielen Baustellen so, dass wir als Marktstandard gesehen werden und der Bauleiter einfach davon ausgeht, dass Planradar überall benutzt wird. Und das freut uns natürlich und macht uns auch sehr stolz. Die Bau- und Immobilienbranche beginnt gerade erst zu verstehen, welche Potenziale die Digitalisierung birgt. Genau das setzen wir an und wenn wir die aktuelle Unternehmensentwicklung beibehalten können, dann werden wir in den nächsten Jahren international das führende Unternehmen im Bereich Digitalisierung der Bau- und Immobilienwirtschaft sein. fáciles Jahrhundreich Untertitelung des ZDF, 2020